Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Theorie und Praxis, Werbung und Praxis. Es driftet manchmal sehr, sehr weit auseinander. Ihr erinnert euch vielleicht in den 60er Jahren an diese Werbung für dieses Töpfchen mit einer butterähnlichen Flüssigkeit auf dem Tisch. Ja, Butter. Damals haben die meisten Menschen Butter gegessen. Und dann kam aber irgendetwas in einem Töpfchen gemacht von der Industrie, von den großen Firmen, die heute wirklich ganz, ganz große internationale sogenannte Multinationals sind und die für ganz viele Produkte, die wir in den Supermärkten finden, verantwortlich sind. Meist sind diese Produkte nicht natürlich, sondern auch mit sehr, sehr vielen Zusatzstoffen versehen. Aber damals gab es eine Werbung und in dieser Werbung saß natürlich damals die Modellfamilie Vater, Mutter, zwei Kinder, am liebsten den älteren Bruder und die kleinere Schwester. Sie saßen sehr harmonisch am Frühstückstisch und haben diese, ja, diese butterähnliche Substanz aus diesem Töpfchen gegessen. Mein Vater war immer sehr kritisch. Er hat immer gesagt, nein, es geht nichts über gute Butter und ich möchte nicht, dass wir dieses Zeugs auf unsere Butterbrote schmieren. Das war in der Zeit, wo die Menschen noch Butterbrote gegessen haben zum Frühstück. Eine gute Scheibe Vollkornbrot belegt mit Butter und dann eine Scheibe Käse oder auch eine Scheibe Wurst. Das ist ja heute ganz, ganz oft ganz anders. Es gibt Bowls zum Frühstück, Bowls mit Quinoja und ich weiß nicht, was alles drin. Aber okay, die Zeiten ändern sich. Es gibt immer wieder neue Erfahrungen. Es gibt immer wieder neue Situationen. Und ja, die Zeiten ändern sich. In jeder Hinsicht zur Zeit ganz, ganz schnell. Und nicht alles, nicht alles, was anders ist, nicht alles, was möglich ist, ist auch unbedingt gut. Ja, alles hat immer ein Vor- und einen Nachteil. Vielleicht ist es gut, weil es preiswerter ist, aber ob es besser ist für den Körper? Vielleicht nicht unbedingt. Das Gleiche gilt übrigens auch für Zigaretten, ja. Zigaretten. In den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre fing das an in Deutschland, ja, als dann die Amerikaner kamen und die waren so cool und es waren so coole Helden. Die haben alle geraucht, dann kam die Jazzmusik und es waren diese verqualbten Jazzkneipen zu sehen, ne, überall. Das sah super aus, die Musik. Und dazu gehörte natürlich auch eine Zigarette. Nicht nur für den Mann, ja, auch die super coole Frau hat auch geraucht. Dass man davon süchtig werden kann und dass man womöglich überhaupt nur noch sehr, sehr, sehr schwer abkommt von dieser Sucht, von diesem Nikotinstängel, das wurde damals nicht so häufig erzählt. Und das haben viele dann später leidsam erfahren müssen, als sie dann geraucht haben und irgendwie das Ganze nicht mehr los wurden. Ja, einige haben auch gesagt, mir macht das Spaß, mir schmeckt das, die Zigarette danach. Es war die Werbung, die Werbung war damals noch erlaubt und der coole Cowboy auf dem Pferd, ne, er hat immer, wenn er was Tolles gemacht hatte, dann hat er sich mal eine Zigarette angesteckt. So wollten wir sein. Realität und Werbung. Realität und Theorie. Heute wird auch wieder ganz viel Werbung gemacht und ich sehe zur Zeit, es ist mir aufgefallen, sehr viel Werbung auch tatsächlich dafür, dass Männer, ja, Transmänner und so weiter, dass sie schwanger werden können. Klar, wenn sie eine Gebärmutter haben, können sie auch schwanger werden, nicht auf natürlichem Weg, aber es kann ja alles in die Wege geleitet werden und tatsächlich, diese Männer sollen sogar stillen können. Induzierte Laktation nennt sich das. Ja, ihr lernt hier in diesen Videos auch immer was dazu, hoffe ich. Induzierte Laktation. Es wird in der Werbung, ja, von denjenigen, die diese Artikel schreiben, als super einfach beschrieben und ich habe jetzt einen Satz gelesen, natürlich können nicht nur Frauen stillen, sondern alle Menschen können stillen. Alle Menschen, die eine Gebärmutter haben, können stillen. Induzierte Laktation heißt das. Und da habe ich natürlich mal angefangen zu recherchieren. Nun, tatsächlich, in der Praxis, also in der Theorie, wissenschaftlich gesehen, ist das möglich. Absolut. Denn, ja, man kann den Milchfluss in Gang bringen, die Brustdrüsen des Mannes. Die sind zwar nicht so entwickelt wie die Brustdrüsen der Frau, aber theoretisch ist es möglich. Praktisch ist es allerdings schon mal eine ganz andere Sache. Natürlich können alle Menschen, die eine Gebärmutter haben, stillen. Wird so einfach dargestellt, wie die Margarinen-Reklame und wie die Zigaretten-Reklame. Es wird einfach dargestellt, aber es ist in der Praxis ganz extrem schwierig. Und ja, ich habe also einige Artikel gelesen, auch von Frauen, auch von Hebammen, auch von Wissenschaftlerinnen. Und die haben wirklich durch die Bank alle geschrieben, sie hätten das in der Praxis so noch nicht erlebt. Dass ein Mann tatsächlich, ja, dieses Durchsetzungsvermögen gehabt hätte, auch tatsächlich so weit zu gehen, über Monate, über Wochen, über einen längeren Zeitraum hinweg, die Brustdrüsen so zu stimulieren, die Brust so zu stimulieren, dass es auch wirklich funktioniert. Und natürlich, es sind weniger, weniger entwickelte Drüsen da. Es ist also schon mal schwieriger als bei der Frau. Und dann ist es natürlich auch so, dass, ja, dass Männer und Frauen, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, und das ist auch der Punkt, weshalb ich hier dieses Video mache. Wir kommen wieder zu dem Punkt, dass Männer und Frauen anders sind, dass es männliche Energie gibt und weibliche Energie. Ja, klar, es kann natürlich auch ein Mann sein mit sehr viel weiblicher Energie oder eine Frau mit sehr viel männlicher Energie. Aber jetzt stelle ich die Frage, ganz für mich alleine und hier für unsere Zuschauer, muss es sein, dass Männer stillen müssen? Ich weiß es nicht. Es ist nicht, ich bin nicht diejenige, die darüber zu urteilen hat. Aber die Männer, die in diesen Beispielen genannt wurden, die Beispiele der Autorinnen, die haben alle aufgegeben. Weil die Autorinnen haben geschrieben, die Männer waren dann schon ziemlich entsetzt, als sie gemerkt haben, wie weh das Ganze tut, wie schmerzhaft das Ganze ist. Das ist auch wirklich der Brust, wenn das Baby, ja, wenn das Baby gestillt wird, wenn es feste saugt, vielleicht sogar schon kleine Zähnchen hat, dass das auch richtig, richtig wehtun kann. Die Mutter, ja, wir wissen das, wir Frauen, wir können einiges ertragen. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo ich auch oft darüber rede, von der Natur her, von der Natur her ist die Frau tatsächlich von dem, was sie ertragen kann, stärker als der Mann. Allein schon das, was Frauen jeden Monat haben, die Periode, ja, das ist, wir haben aus Spaß schon mal öfter gesagt, auch mit meiner zukünftigen Schwiegertochter, wenn Männer das haben müssten, da wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Und das sagen wir aus Spaß. Aber ein Körnchen Wahrheit ist natürlich dran. Frauen können einiges ertragen. Frauen können es ertragen, weil sie natürlich auch dieses, ja, diesen Mutterinstinkt haben, dieses Gefühl, sonst wird es meinem Baby nicht gut gehen, sonst wird es nicht überleben, sonst kann ich auch keine Kinder bekommen, wenn ich nicht meine Periode habe, wenn ich das nicht ertrage. Und glaubt mir, liebe Männer, hier auch in diesem Video, habt sehr viel Respekt vor euren Frauen. Umgekehrt, natürlich müssen wir auch sehr viel Respekt vor den Männern haben, weil ihr Leben ist auch nicht einfach. Aber habt Respekt vor euren Frauen, denn, klar, ich bin eine Frau, ich weiß es aus eigener Erfahrung, all das, was hier so propagiert wird in der Werbung, als locker, flockig, fluppig, so mal eben ein Baby stillen. Es kann sehr schmerzhaft sein, es kann sehr wehtun. Und ja, ich brauche schon sehr, sehr starke Muttergefühle, die dann auch wirklich als Hormone durch den Körper rauschen, ja, Hormone, die durch den Körper rauschen und die dafür sorgen, dass ich alle Zähne als Frau zusammenbeiße und sage, es tut weh, aber es ist das Allerbeste für mein Baby und es hält uns auch zusammen, ja. Das sind all die Dinge. Und wie gesagt, Werbung, es wird zur Zeit Werbung dafür gemacht, viel Werbung dafür gemacht. Nicht nur in einem Land, ich habe es gesehen, in Niederländischen, in US, in Englischen, in Großbritannien und auch in Deutschen und auch übrigens in Italienischen Zeitungen und Zeitschriften, dass Werbung für diese neue Art des Lebens gemacht wird. Wie gesagt, die Welt verändert sich, wir verändern uns, alles verändert sich dauernd, aber muss wirklich alles gemacht werden, was möglich ist? Nicht immer. Manchmal heißt es einfach, Nein zu sagen. Manchmal heißt es wirklich so mutig zu sein, zu sagen, Nein, wir können das zwar, aber vielleicht sollte man das doch nicht tun. Vielleicht ergibt sich die Lösung auch von selbst, wenn Männer feststellen, dass es einfach weh tut und dass es doch nicht so toll ist. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und bleibt in eurer gesunden, positiven Energie.